Ich bin die Tamara Lungen und jetzt in ein paar Tagen geht mir ein ganz grosser Traum in Erfüllung. Und es war mein erster Achttausender und die haben mir das alle mit 23 gewünscht. Und jetzt bin ich es halt genau und noch hoffen wir, dass das alles gut geht. Was bewegt eine junge Frau dazu, ihr Leben dem Bergsteigen zu verschreiben? Ein Film, der das Wesen des Extremalpinismus mit seinen Freuden, Risiken und Gefahren auf den Punkt bringt. Ich glaube nicht, dass sie eine Person überlegt, weil sie hat schon einen Respekt vor dem Berg. Es kann einem wahnsinnig viel geben, aber es kann einem auch viel nehmen. Simone Morro sieht in Tamara Lunger eine vielversprechende Hoffnungsträgerin des weiblichen Höhenbergsteigens und nimmt sie mit in den Himalaya. Er will ihr helfen, ihren grössten Traum zu leben. Das ist das Schöne, das Leben. Und jeder Moment unabhängig ist eine verglauene Zeit. Der Traum vom Achttausender. Tamara Lunger im Himalaya. Ein Film von Armin Wittmer. Filmpremiere beim IMS International Mountain Summit in Brixen. Samstag, 6. November, 9 Uhr im Regensburg-Saal. 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 Samstag, 7. November, 9 Uhr im Regensburg-Saal. Samstag, 7. November, 9 Uhr im Regensburg-Saal. Samstag, 7. November, 9 Uhr im Regensburg-Saal.